Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil. Wir sind dabei in dieses Haus hier reinzukommen vom Geigenbauer oder so, also vom Bauern da, keine Ahnung, ähm, ich, ich bin mir, ich bin hier ein bisschen sehr überfordert, okay, okay, ähm, Vorhänge, Schloss. Achso, das war da, wo da schon von der anderen Seite verschlossen, ne? Ja, ähm, wir gehen aber dann doch vielleicht mal, äh, das ist glaub die falsche Richtung. Wo, wo müssen wir lang? Ich möchte doch eigentlich... Ne, hier sind wir eigentlich auch falsch. Hey, wait. Hm. Ich geh mal ganz kurz, äh, komm hier zurück. Ich bin immer noch ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation hier. Aber... Geflügel. Wo ist Geflügel? Wo sind Chicken Nuggets? Hier. Also, da auf jeden Fall irgendwie, okay. Ähm, wo sind wir denn jetzt hier? Ein Speicherpunkt. Da komm mal ein Hörchen. Ganz doll. Wie, wir haben hier noch nichts erkundet, warte mal. Das haben wir noch nicht erkundet genug? Wie jetzt? Was fehlt denn hier? Oh. Okay, wir sollten vielleicht doch mal öfters auf die Maps schauen. Könnte uns vielleicht öfters helfen. Ähm, ja, ich bin trotzdem noch komplett überfordert. Wir kommen hier trotzdem nirgendwo weiter. Also... Hm. Wo bin ich jetzt hier? Ich versuche mal hier ein bisschen die roten Ecken und Kanten hier ein bisschen zu... Das ist auch von der anderen Seite verschlossen. Da ist ein Brunnen. Und dann haben wir... Äh, das Haus ist hier nicht erkundet. Oh. 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 Ich habe was blinken gesehen. Äh, warte mal, dann gehen wir da mal lang. Warte mal, wir gehen dann da... Warte mal, wo... wo gehen wir denn jetzt hier mal als erstes hin? Hier kommen wir nicht weiter Okay, dann gehen wir jetzt mal Da kommen wir nicht Wir haben hier immer noch nicht alles durchsucht Wir sollten uns echt mehr umschauen Jetzt aber Okay, okay Okay, let's go Mal hier runter Okay, ähm, das ist jetzt endlich Durchsucht Das ist gut Ähm, dann wollten wir mal Da, warte, wo wollten wir jetzt noch mal hin? Also wie gesagt, das können wir nicht öffnen Dann haben wir Hier noch ein Haus, was geludet ist Okay Okay Mit Dietrich Ist ja ganz toll Haben wir sonst hier alles? Ja, außer mit Dietrich Anscheinend schon Ähm, dann gehen wir mal Wir arbeiten uns hier langsam, aber sicher Durch Ähm, dann gehen wir Mal Aber jetzt gehen wir wieder hier lang Das ergibt schon wieder jetzt überhaupt keinen Sinn Ich glaube, wir haben uns richtig Verlaufen Geht's denn hier eigentlich wieder zum All Hier Hier Warum gespeichert ist? Warum hat's gespeichert? Ah, hi Oh, yeah Okay Äh, ja, hier, ne Ich weiß nicht Sollten wir Sollten wir das alles schon verkaufen? Ich finde den Teddy süßchen behalte ich Wertvoll kombinierbar Kombinierbar Sehr wertvoll Wertvoll Wenn es kombinierbar ist, behalten wir die ganze Klimpergeld Wie steht's um deine Feuerkraft? Ich biete jetzt auch erweiterte Waffenmodifikationen an Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde Ja Aha Ah, schon gut. Das war's. Hals- und Beinbruch. Ja, aber... Was genau soll ich jetzt wieder hier? Kann mir das mal einer hier verklickern? Kann mir das mal wiederholen? Ja, ich kann das mal wiederholen. Ich bin verwirrt. Jetzt haben sie mich. Alter, wir haben ein Tagebuch. Wir haben Tipps. Ach du Scheiße, wir sollten hier echt mal... Ach du Scheiße. Ich würde sagen, wir lesen uns das Tagebuch meiner extra Dings da vor. Keine Ahnung. Im Sack, die ist dann irgendwie nur... Der muss passen. Warum passt der denn nicht? Können sie mir helfen? Oh mein Gott, das ist eine Frau. Okay. Voll erschrocken, ich dachte, das ist... Ja, ein Typi. Gab's. Hä, wo denn? Hä? Ach egal. Ich hab's gehört, hä? Okay. Ah. Oh.